Im Studio begrüße ich dazu den Bonner Oberbürgermeister Sridharan. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Sie waren beim Gespräch mit der Kanzlerin in Berlin. Ihre Stadt ist von Fahrverboten betroffen. Was hat denn dieses Gespräch mit der Kanzlerin heute Bonn gebracht? Also für Bonn hat es erstens gebracht, dass wir heute Vormittag einen Zuwendungsbescheid bekommen haben aus Berlin. Über 35, etwas mehr als 35 Millionen Euro für das 365-Euro-Ticket, was wir einführen wollen. Für eine Verbesserung beim Job-Ticket und für die dazugehörende Taktverdichtung. Weil mehr Passagiere bedeutet natürlich auch einen höheren Bedarf. Das ist das eine Positive. Das andere Positive ist, dass heute von der Kanzlerin noch einmal klargestellt worden ist, dass die Umtauschprämie nicht nur in den sogenannten Intensivstädten bezahlt wird, sondern auch in den Städten, die von Fahrverboten betroffen sind. Und wir profitieren natürlich auch von den 500 Millionen Euro für das Sofort-Programm, weil wir im vergangenen, in diesem Jahr Fördermittel beantragt haben für die Anschaffung von Elektrobussen, die abgelehnt worden sind, weil nicht genügend Mittel zur Verfügung standen und die wir jetzt dann doch bekommen. Wir können uns ja kurz durch diese Liste mal durcharbeiten. Nehmen wir mal dieses 365-Euro-Ticket, also für ein Euro pro Tag kann man in Bonn öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Kann man das nur im Bonner Stadtzentrum, Stadtgebiet oder gilt das darüber hinaus im Regionalraum? Das gilt leider nur im Bonner Stadtgebiet, weil die Bundesregierung sich ja die fünf Modellstädte ausgewählt hat, wo eben diese Projekte untersucht werden sollen, welchen Erfolg sie kurzfristig haben. Und deswegen geht das leider nicht für die Menschen, die aus dem Rhein-Sieg-Kreis oder aus der Region nach Bonn einpendeln. Aber die Taktverdichtung, davon profitieren auch unsere umliegenden Kommunen und das wird auch vom Bund übernommen. Ja, aber gerade die Pendler machen ja einen Großteil der Vielfahrer aus, weil gerade in Nordrhein-Westfalen, weil eben relativ viel, relativ große Städte sehr dicht bei Eisammen liegen, pendeln enorm viele Leute von Stadt zu Stadt und es gibt permanent Riesenstaus. Das ist vollkommen richtig. Deswegen haben wir ja auch dafür geworben, dass dieses Projekt ausgerollt wird, nicht nur auf die Städte, die jetzt als Modellstädte hier fungieren, sondern eben auch auf die Pendlerbezirke, um da tatsächlich zu nachhaltigen Verbesserungen zu kommen bei den Einpendlerströmen, von denen wir in Bonn ja auch enorm betroffen sind. Und so schön der Name Klimaticket klingt, es gilt ja auch nur für Neukunden. Also es kann jetzt nicht jemand, der zum Beispiel ein normales Jahresticket hat, einfach umsteigen auf ein Klimaticket. Genau, weil die Bundesregierung ja den Nachweis antreten will, dass wenn es preiswerter ist, der ÖPNV preiswerter ist, dass es zusätzliche Kundinnen und Kunden gibt, die dann auch tatsächlich auf den ÖPNV umsteigen. Aber das alles hat ja dazu geführt, dass zum Beispiel der Fahrgastverband ProBahn Rheinland sagt, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein und reicht überhaupt nicht, um den Verkehrskollaps zu vermeiden. Das sehe ich auch so. Also wir müssen noch weitere Maßnahmen in die Wege leiten, um den Verkehrskollaps zu vermeiden. Dazu gehört natürlich auch, verstärkt aufs Fahrrad zu setzen und nicht auf den ÖPNV. Dazu gehört es, auf Carsharing-Modelle zu setzen. Also es kann nur ein ganzer Strauß an Möglichkeiten sein. Wir haben ja auch 60 Maßnahmen der Bundesregierung vorgeschlagen. Und die Bundesregierung hat sich aus diesen 60 Maßnahmen eben diese zwei Maßnahmen herausgesucht, die sie jetzt bei uns in Bonn fördern möchte. Na, eine der Maßnahmen ist ja, dass man umstellen möchte von den Dieselbussen auf Elektrobusse. Aber warum dauert das so lange? Also um ein Beispiel zu nennen, in Wien sind Elektrobusse völlig selbstverständlicher Teil des Verkehrssystems. Und während der Bonner Klimakonferenz sind hier in Bonn Busse aus Wien gefahren, weil man nicht genügend Elektrobusse hatte. Wir haben uns während der Klimakonferenz aus der ganzen Bundesrepublik und sogar aus dem Ausland Busse geliehen, weil es auf dem europäischen Markt einfach nicht genügend Elektrobusse gibt, die uns zur Verfügung gestellt werden könnten. Wir sind jetzt gerade in einem Verfahren, wo wir weitere sieben Elektrobusse kaufen wollen. Und wie gesagt, die Mittel dafür sind uns bisher nicht bewilligt worden. Wir haben die begründete Hoffnung, und das ist auch heute von Staatssekretär Flassbart gesagt worden, dass jetzt geprüft wird, ob der Antrag, der ursprünglich abgelehnt worden ist, jetzt wieder auflebt und wir diese Mittel bekommen. Also es ist von der Kanzlerin gesagt worden, dass der zur Verfügung gestellte Geldbetrag ausreicht, um all die Anträge bewilligen zu können, die gestellt sind. Tja, und dann kommen wir doch noch auf die Dieselfahrerinnen und Fahrer zurück. Was sagen Sie denen? Denn ab kommenden April und dann nächste Stufe September wird es schwierig. Was machen die dann auf den zwei Straßen, die in Bonn betroffen sind? Aber es sind ja Hauptverkehrsadern. Also erstens prüft das Land noch, ob es gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln Berufung einlegt. Das muss das Land entscheiden, aber das Land bezieht die Stadt Bonn damit ein. Also wir sind mit dem Land im Gespräch. Es gibt ständig Gespräche. Die Umweltministerin war heute auch beim Dieselgipfel in Berlin mit dabei. Aber wenn es zu Dieselfahrverboten kommt im nächsten Jahr, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen. Erstens, wer es kontrolliert. Zweitens, wie es überhaupt kontrolliert werden kann. Weil wir als Stadt dürfen den fließenden Verkehr nicht kontrollieren. Dafür sind die Landesbehörden zuständig. Und wir müssen uns ja auch überlegen, wie kann das Ganze passieren? Weil die Dieselfahrzeuge sind ja als solche nicht besonders gekennzeichnet. Aber auch wenn unterschiedliche Behörden dafür zuständig sind, es ist eine Luft. Und glauben Sie, dass genug getan wird? Oder würden Sie sich manchmal wünschen, verdammt nochmal, es muss einfach mehr passieren? Also es muss natürlich mehr passieren, weil es kann nicht darum gehen, dass wir jetzt nur knapp unter den Grenzwerten liegen. Sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir hier so gute Luft haben, dass die Menschen hier gesund leben können und auch im freien Sport treiben können. Und deswegen geht es mir nicht darum, statt der 41 dann 39 Mikrogramm zu haben, sondern mir geht es darum, dass wir das nachhaltig verbessern. Das heißt deutlich unter die Schwelle von 40 kommen. Und dafür müssen wir über alle möglichen Maßnahmen nachdenken. Das tun wir gerade, das tun wir gemeinsam mit dem Land und das tun wir auch gemeinsam mit dem Bund. Aschox Ritteran, Oberbürgermeister der Stadt Bonn. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.